Und das war's für jetzt. Um 15 Uhr gibt es hier die nächste Tagesschau und auf Tagesschau24 und Tagesschau.de halten wir Sie durchgehend auf dem Laufenden. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Beim G20-Gipfel der führenden Industrie- und Schwellenländer auf Bali geht es um viele Themen. Eines aber dominiert den ersten Tag, der russische Angriff auf die Ukraine. So wie es sich abzeichnet, könnte der Ukraine-Krieg in der Abschlusserklärung verurteilt werden. In einem Entwurf heißt es, der Krieg verursache unermessliches menschliches Leid.